Bereit! Bist du nicht? Dann erledigt ewig! Verflucht! Kontakt! Dann mal los! Geh erledigt! Die Mitdeckung! Geh erledigt! Du Mixer! So, ich würde sagen... Ja, ne... Wie Flur haben wir? Achja, dann machen wir das noch voll und dann, äh, würde ich sagen... Ist für heute Schluss nach Ende. Was wahrscheinlich nur was dauern wird. Na? 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 Perfekt! Perfekt! Ich muss sagen, die P90, die geht richtig ab! Wo ist die Schrotflinte? Oh! Noch einer! Verdammt! Verdammt! Ich hab mir die Kerle vom Reis! Er schießt den Scharfschützen! Ja, verstanden! So wird's gemacht! Ach! Fick dich! Er ist ohne Deckung! Garnate! Deckung! Wow! Oh mein Gott! Das war wirklich... Ach! Von dem Boden, verdammt! Okay... Soldat kommt aus Deckung! Soldat kommt aus Deckung! Gisch! 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 Wer ist tot? Unterwegs! Das haben wir als... Ah! Das ist... Gut! Mal 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 gut! Ich möchte vom Abendessen zu Hause sein! Nein! Er hat mich gesehen! oh mein gott Ja, ich würde sagen, einmal wechseln und... Nein! Äh... Habts wahrscheinlich noch nie gesehen. Wenn der Nutzen den Schaden überwiegt, was meinst du, wieviel Adams und Lugo wert sind? Bereit? Wieso nicht? Keiner lebt ewig. Also, für den Leben sind die alles wert. Feind ausgeschaltet! Du Mixer! Ich wette, dass der... Los jetzt! Passt auf die Scheißhund, finde auf! Morka, hier ist eine Unentankung! Ja, ich kann mich immerweise nicht anziehen. Jetzt aber. Komm, 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 komm! Und... Weg hier, weg hier, weg hier! Los, komm! Weg hier, weg! Weg hier, weg! Oh, nee! Hä-hä-hä. Äh. Ja, komm, ich möchte noch bis zum nächsten Chatpoint kommen. Aber wenn das ja jetzt extra lange Folge wird. Ich mach das jetzt. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Und... Da. Nein. Nein. Geh auf die Flanke! Achtet auf die Schrottwit! Okay, hier ist eine Unentenkung! Gegner erledigt! So, und, los, 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 los! Und, boah! Okay, also, die kann ich nicht so einfach beleben. Ich glaube mal, äh, ich spiele nicht mehr lang. Da bist du doch. Feind erledigt! Seht ihr, was ich sehe? Wieso fragt es sich nicht ihr? Achtet auf die Schrottwitte! Ich hab den Hurensohn! Okay. Okay. Ich würde sagen, das verdient eine Loot-Folge. Ein extra langer Loot-Folge. Dann mal los! Siehst du das, Arschloch? Einer kommt aus der Deckung! Pasch ihn! Kann ich nicht so einfach nix haben! Gib mir Deckung! Du, die Scheiße! Lauf! Du bist ohne Deckung! Borka! Wach auf! Lass doch die Schrottwit auf! Gefällt dir das? Oh, wie nett! Nein, ich möchte das schaffen! Die anderen machen jetzt einfach mal aus! Denn... Ich werde das jetzt einfach nur versuchen zu schaffen! Und wenn nicht, dann eben nicht! Keiner lebt ewig! Dann mal los! So! Was hab ich hier in der SCAR? Ne, ich spiel mit der P90 mal! Ich hab den Hurensohn! Da bewegt sich einer! Hochzielen, Errungenschaft, Frank! Hochzielen, Errungenschaft, Frank! Wir haben Verlusten! 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 Ja! ja also ich glaube ich schneide das einmal komplett raus was ich hier empfehle und bereit wieso nicht keiner lebt ewig macht es nicht einmal irgendetwas anders lauf schön hier hin und perfekt und was soll ich denn machen was soll ich denn machen ich hab noch granaten ich habe noch granaten ich habe es gar bereit wenn ich dies gar nicht tausche dann mal los dann ist ich habe Der war auch noch ein. Den habe ich zu spät gesehen. So, lauf, 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 lauf. Perfekt. Ich schalte den Typen da oben aus. Den da. Verfe, ihr Hilfe! Volltreffer! Verbeweht sich! Vorsicht! Werfe Blatt, Granate! Ja, legt mich! Aua. Boah, das Blut sieht ja ekelhaft aus inzwischen. Oder war es immer schon so? Feind ausgeschaltet! Schweres MG! Klar, wieso nicht? Ich glaube hier, Hilfe! Nein, vielleicht soll ich hier nicht nur bleiben. Hä? Verfe, Granate! Ist der Zug genug für dich? Scheiße! Da bewegt sich einer! Scheiße! Ja, das reicht für mich. Allerdings. Kill ist bestätigt, verdammt! War da noch einer? Passt auf die Schroten, hinter auf! Ah, geschützt wen, und? Ganz verdammt! Bitt mir Deckung! Verdammt, oben, verdammt! Wer kommt aus der Deckung? Wieso? Wieso? Wurke! Mach auf! Bitt ohne Deckung! Post nachladen! Geht mir Deckung! So. Ich würde sagen... Unterwegs! Nein! Boah, verdammt! Wieso? Wieso zum Teufel, ne? Ich, ähm... Ich bin einfach nur schlecht. Tut mir leid, ich mach jetzt mal kurz auf Pause und mach das kurz mal durch, bis dahin. Tschüss!